Die Aufgabe ist doch ganz simpel. Ingrid und Klaus, ihr macht heute Service. Der Ingrid ist das zu schwer. Die Ingrid will aussteigen. Einfach nur hart arbeiten. Gebt jetzt den verschwenden Gang aus. Leck mich. Der Druck in der Küche wird höher. Ich kann das nicht gleichzeitig machen. Doch, musst du. Ich frag mich langsam, wie man das schaffen soll. Miguel und Michael sind hier tragende Säulen. Ich zieh euch beide jetzt ab. Ich möchte gehen, am besten jetzt sofort. Ich habe sehr große Angst vorm Versagen. Da möchte ich nie wieder zurück. Ich würde dann doch freiwillig gehen. Ich sollte helfen. Schau ab. Wer die Hitze nicht aushält, muss gehen.